Meine primäre Arbeit, das ist ******. Ich habe gelesen, dass Sie die teuerste ****** in der Schweiz sind. Bin ich jetzt die teuerste oder nicht, das weiss ich nicht. Aber später, wenn ich dir Quittung oder Rechnung gebe, dann werdet du sehen, wie teuer bin ich. Hallo Darling! Oh mein Gott! Mein Gott! Hallo, na? Hi. Na, schön, dass du da bist. Nach so langer Zeit. Du siehst toll aus Mama, wie hier. Danke für mal, danke, viel, viel mal. Hat und beraubend, danke schön. Vielen Dank, vielen Dank. Ich kenne Elektra von vor ganz vielen Jahren. Elektra war ursprünglich ein Mann, der sich aber in seinem Körper nicht mehr wohlgefühlt hat und sich dann zur Frau hat umoperieren lassen. Sicherlich eine sehr extravagante, exaltierte Persönlichkeit, ein großer Star im Balkan und ein herzensguter Mensch und jemanden, den ich sehr schätze.